Marcel Davies, 1&1 Hallo, wo kommst du zum Park? Hier seh ich doch schon was Feines rumstehen hier. Ist das die Präsidenten-Suite hier? Genau. Wie geht's da denn? Ich freut mich, nicht zu sehen. Komm mal ein. Das hier ist dein Büro. Ich hab einfach schon angemacht. Ich hoffe, das ist okay. Dieses Bild ist wirklich zu bossart. Wir haben eben kurz auf Kamera gesprochen. Er hat gesagt, dass natürlich meine Düfte ihm absolut nicht gefallen. Die waren super. Nein, die sind sehr gut. Aber ich bin, ich trage nicht so extrem auftragen wie Düfte. Okay. Ich glaube, das hier zum Beispiel wäre was für dich. Kennst du die Marke? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Guck mal, was du dazu sagst. Also, wenn ich jetzt in Dubai leben würde, wäre das mein Duft. Nee, wir haben also, ich sag mal, wenn es ein bisschen frischer sein soll, Iris, das ist so eine sauber Note. Geht so in die Prada-Richtung. Das ist so ganz reiner, sauberer Duft. Das ist schon viel mehr in der Richtung. So, und dann können wir zum Beispiel den Sommerduft Torino 21. Der ist jetzt auch nicht so kompliziert zu verstehen. Du weißt, es ist Tradition bei mir, dass die Gäste sich immer Parfum aussuchen. Ja? Das hat sie mich nie vergessen. Auch das, das ist, glaube ich, das hier. Nicht schlecht, ne? Der ist gut, ja. Ich habe ja auch deine Musikvideos gesehen, so ein bisschen Playboy-mäßig. Dazu ist eigentlich Erba Pora das. Das wäre der Duft, so für abends zum Weggehen. Ja? Ja, da sehe ich dich eigentlich schon so. Gibt es hier so einen Duft, bei dem, es gibt auch so Düfte, von denen Frauen immer sagen, so, das, that's the one. Das ist der hier. Das ist der hier? Oh ja, das ist mein nächstes Date, genau das Richtige. Genau. Oder, absoluter Hype-Duft, den hatte Shindy in seiner Story, Naxos, der war ewig ausverkauft, der hatte den unten rechts in so ganz klein platziert und ist so durch die Decke gegangen. Also, so ein etwas auch boozy, sweet Duft. Die beiden sind so für die Mädels. Das ist auch gut. Soll ich dir mal zeigen, was mir so gefällt? Ja, zeig mal einen von dir, dann fall ich wahrscheinlich direkt nach hinten rum, oder? Also, es gibt zum Beispiel das hier, ist so ein typischer Mark-Gebauer-Duft, äh, Oriental Karte. Kaspar, sehr starke Patchouli-Note, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt in Abu Dhabi zum Beispiel sind und es jetzt super heiß ist, das kühlt dich runter. Ganz erdige Note. Boah. Oder? Da habe ich das Gefühl, also so, ihr müsst euch vorstellen, das ist so ungefähr so, wie wenn du einen richtig teuren, geilen, aber brennenden Whisky trinkst und der letzte Nachgeschmack davon, das erinnert mich so ein bisschen an das. Ja, bei Autos, was sagst du? Also, erstmal zwei sehr unterschiedliche Autos, die du da hast. Ja. Ich habe es schon beim Reinkommen natürlich hier gesehen. Also, bei dem Ferrari ist es so, den habe ich mir nicht selber ausgesucht. Der Achatz hat mir den aufgeschwätzt. Eigentlich wollte ich einen Bentley haben, aber er hat dann gesagt, ich bin damit gefahren und so weiter. Fand ich eigentlich ganz cool. Portofino M. Ich finde den auch echt mega, muss ich sagen. Ich bin neulich mal, äh, nicht den M, aber den normalen Portofino gefahren. Super angenehmes Auto für den Alltag. Aber ich muss sagen, wenn du natürlich ein GT3 gebohnt bist, den ich auch vorher, der kaputt gegangen ist, äh. Was war denn da? Möchtest du das einmal sagen? Ja, ich bin von der Straße abgekommen. Das war blöd. Aber dir ist nichts passiert, ne? Mir ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber du merkst schon, bei diesem Front-Mittel-Motor, der ist viel unruhiger. Ja. Also, wenn ich hier mit schnell fahre, also ich kann fast gar nicht damit schnell fahren, weil das so, ich habe das Gefühl, der zieht so weg. Ja. Und bei dem GT3 war das einfach, du warst wie auf einer... Aber das ist auch generell einfach, Porsche hat so eine unglaubliche Sicherheit. Also, du steigst ein und du fühlst dich immer so, ne, es ist perfekt alles und so ein Ferrari ist ein bisschen bissiger, finde ich. Der ist immer so unkontrollierbar. Du denkst immer da vorne, Alter. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, das hat mehr Charakter, ne? Weil, gerade wenn man das halt möchte, zum Beispiel, das ist wie Audi und BMW. Ein Audi kann ihn jeder fahren, weil der sehr einfach ist. Und so ein BMW neigt dazu, halt so ein bisschen sportlicher, aggressiver zu sein. Aber mit so einem BMW machst du halt auch viel schneller was falsch. Ja. Und deswegen gibt es halt da so unterschiedliche Geschmäcker, ne? Hast du die Folierung selber gemacht? Ja. Ey, wenn du jetzt was dagegen sagst, ne? Nein, ich finde... Ey, wenn du jetzt was dagegen sagst, dann raste ich komplett aus hier. Ne, ich finde, die ist okay. Ja? Ja, die ist okay. Aber das ist der Lack, oder? Ne, rot. Innen drin ist rot. Warte, ich kann mal Schlüssel holen. Ja, ich hatte vielleicht ein, zwei Linien weggelassen, aber... Ja, das ist ja auch ein bisschen Imagebilden, ne? Das war ja auch rausstechend. Was sagst du dazu? Er darf nichts dazu sagen, er arbeitet hier. Ey, ist ja auch gut, dass du hier bist. Weil ich muss Wischwasser nachfüllen und ich habe parfümiertes Wischwasser. Ernsthaft? Ja. Weißt du, wie man aufmacht vorne? Äh, nö. Ich auch nicht. Mach's noch bestimmt. Tja. Ja. Ich habe keinen Ferrari, ne? Ah, da ist er. Gott, diese Ferraris. Zwei Profis beim Berg hier. Zwei Amstel haben sie Profis. Alter, wirklich. Wirklich, dass ich mir nie einen Ferrari kaufen. Jawoll. Alter. Das hat doch komplett einfach geklappt hier, die Nummer. Ja. So, erst mal riechen. So ein Zitroniger. Das gibt es auch als Parfümmer tatsächlich. Ja? Ja, ja. Hast du es selber angemischt? Ne, ne, das... Geht das so, oder? Ja, ich bräuchte mir noch so ein... Ja, also Portofino ist halt so ein bisschen Lifestyle-mäßig und wenn man durch die Stadt fährt, ist es halt einfach ein witziges Auto. Ja, also ich finde, den kann man halt wirklich unfassbar angenehm fahren, so für den Alltag. Das ist nicht so aufdringlich in einer Ferrari, das ist... und vor allem Sound-mäßig ist es auch okay. Top. Ja. Jetzt sehe ich gerade erst dieses Bild hier. Oh mein Gott. Was sagst du eigentlich zu... Also... Findest dich schon gut, ne? Ja, und jetzt neben dem Sportwagen haben wir halt jetzt hier noch ein etwas größeres Auto. Warum ist der noch nicht gebrandet mit Streifen und Mark Gehbauer? Mark Gehbauer. Achso, oh doch, da oben. Und hier auch. Und vielleicht vorne, guckst du mal, was vorne für ein Logo ist. Nein! Okay. 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 Big Flags. Das hier. Okay, ich nehme alles zurück. Den fährst du im Alltag wahrscheinlich nicht, oder? Doch, doch. Das ist mein Alltagsauto. Wenn ich jetzt hier nach Düsseldorf fahre oder so, dann nehme ich den meistens. Und wo parkst du den dann? Also das ist eigentlich sehr komfortabel. Wenn man so ein großes Auto hat, kann man es überall abstellen. Also der hat eine Lkw-Zulassung und man kann eigentlich überall halten. Ja? Kann ja eh keiner abschleppen. Das ist der Trick. Aber ich muss eine Sache sagen. Die Amis, ne? Die haben es schon wirklich drauf, wenn es so um Kleinigkeiten geht. So mit, weißt du, so Handyhalter und so weiter. Das ist schon geil gemacht. Das machen die gut, ja. Das machen die tatsächlich gut, ne? Aber so Alltagsdinger, ne? So Kapphalter und sowas. Hat der hier. Mach mal schnell auf. Die haben halt immer super viele Nutzflächen auch, ne? So Stauflächen. Aber die haben auch viele Dinge, mit denen sie es nicht so drauf haben. Ja, aber guck mal. Zum Beispiel hier hinten. Wir brauchen das halt auch zum Transportieren, ne? Also das hier. Ist das schon, muss ich sagen. Das haben die schon gut gemacht. Ja, ja. Und dann hat man hier noch so Schmuggelfächer und so weiter. Das ist schon cool. Da kommen da die Uhren rein. Genau. Aber SUV ist bei dir nie so ein Thema, ne? Ja, jetzt nicht in der Größe. Aber wir machen ja RS Q 8, haben wir ja viel. Ja. Und so einen **** bauen wir bald. Ah, okay. Ja, und jetzt, wo sind die Uhren versteckt? Willst du ein paar Uhren sehen? Ja. Ah, okay. Ich habe natürlich für das Video ein bisschen was vorbereitet. So aktuell die Uhren, die mir persönlich auch am besten gefallen. Dann zeige ich, hole ich mal ein bisschen was. Oh, ich bin gespannt. Eine Uhr habe ich bei dir gekauft mal, ne? Bei mir? Ja, eine habe ich mal bei dir gekauft. Aber die war nicht für mich. Schon, die hast du verschenkt, ne? Die habe ich verschenkt. An meinen Mitarbeiter des Monats. Und du musst ja jetzt auch vielleicht noch irgendwas andrehen. Ach so. Zum Listenpreis, versteht sich. Ja, klar. Also ich sage mal so, die Uhr, die du eigentlich haben musst, gerade so Thema auch Leichtbau und sowas alles, ne? Einfach, dann sage ich mal, müsste eigentlich sowas zu dir. Du bist ein junger Typ, sportlicher Typ, weißt du? Ich sage dir ehrlich, ich habe den ganzen Richard-Mill-Hype, ich habe den irgendwie ein bisschen verpasst. Darf ich mal anziehen? Ja, klar. Das ist jetzt die Johann Blake. Also die hat so ein ähnliches Werk wie die Barbara Watson. Man kann auch durchschauen. Und ja, ist auf jeden Fall eine Uhr, die man nicht so oft sieht. War eine limitierte Produktion, also die wird nicht mehr gebaut. So ein Spannmechanismus hier. So, zack. Fühle ich, also abgesehen davon, dass die natürlich super leicht ist und so. Farblich so wäre das einfach, das wäre nicht meins, muss ich sagen. Ja, man kann auch ein schwarzes Band dran machen. Aber je bunter Richard-Mill-Uhren sind, immer desto teurer. Desto beliebt, ja. Ist so, ne? Und was kostet die jetzt? Die liegt bei 320.000. Sooo. Muss dann auch mal. Muss dann auch mal gehen. Auf der Gamescom hatte ich die ja auch an einem Tag an. Du warst ja auch gut bewacht. Ja, genau. Blenden wir es mal kurz. Irgendwas da los ist. Da waren ein, zwei Leute waren da vielleicht da. Hat dir jetzt jemand gekauft? Genau. Na ja. Und hat sie dann, also die Uhr, beziehungsweise hatte jemand gekauft. Ja. Oder ich habe sie jemandem verkauft und dann später hat er sie wieder an mich zurückgegeben. Okay. Und hat einen kleinen Profit mitgenommen, ne? Marcel. Hat geschmeckt, oder? Marcel? Kennt man den, Marcel? Ich glaube schon, ja. Okay. Marcel, das ist eine Uhr, die lohnt sich. Ja. Grüß dich raus an der Stelle. Gute Uhr. Hat geschmeckt. Deswegen mache ich eigentlich den Job. Das sind so kleine Serien, die damals produziert worden sind. In Weißgold mit Factory Baguette. Und das ist jetzt so ein Steinblatt. Sodalit Steinblatt. Das sind so Uhren. Davon gibt es momentan weltweit vier Stück. Und das wird sich positiv Wert entwickeln. Also es ist einfach ein mega... Vier Stück, ne? Aktuell verfügbar. Und so, genauso wie jetzt solche Uhren zum Beispiel damals gebaut worden sind, gibt es heute auch noch Modelle, die halt so ein bisschen unterm Radar sind. Das ist auch ein aktuelles Modell. Das ist die Haribo Yachtmaster Serie. Und die beispielsweise ist auch noch extrem unterbewertet. Hat Saphir-Farbsteine mit drin und wird so gehandelt für 160.000 Euro. Boah. Aber da, wenn man das vergleicht mit einer Rainbow Daytona, die bei 600 liegt, ist es ein sehr, sehr spannendes Objekt. Ihr schreibt mal in die Kommentare rein, welche Uhr mir am besten, also am besten zu mir passen wird, ne? Ja. Aber so Iced Out, ist das ein Thema für dich? Boah, das wollte ich mal fragen. Ist es nicht so, wenn ich mir jetzt angenommen, ich würde jetzt mit der kommen und sagen, ich möchte jetzt mir eine Iced Out-Customate machen, verliert die dann nicht? Also ist das nicht, kriegt man das Geld überhaupt wieder? Du, also ich sag mal, du zahlst 20.000 Euro für den Job und kriegst dann halt hinterher beim Wiederverkauf 15 wieder, ne? Also ein bisschen was an Geld wirst du platt machen. Ja. Aber es hat immer noch einen großen Zuspruch, also eine große Community. Und ich habe tatsächlich erst heute noch eine Royal Oak Iced Out ausgeliefert. Ach krass. Nach Köln, ja. Zum Beispiel das hier ist jetzt eine Daytona, die wurde von Haus aus besetzt. Die hatte ich auch bei der Gamescom an. Und da sieht man halt, dass jeder ist einfach perfekt, ne? Boah, das ist halt schon doll, ne? Boah. Junge, Junge, Junge. Aber das ist wieder wie das Parfüm so. Ich habe einfach das Gefühl, sowas kann ich nicht tragen. Das ist einfach... Aber ich muss sagen, so zu dir passt das schon. Findest du die jetzt hier? Nicht die, also nicht die, aber ich finde so eine Iced Out Datejust oder so, kann es schon machen. Ja? Ja, ja. Ich finde es immer geil bei anderen. Ich sehe das so. Ein bestes Beispiel war jetzt mit Luciano. Der hat ja eine Royal Oak AP komplett Iced Out. Der hat ungefähr zehn Kilo Ketten. Der hat mir neulich auch mal ein, zwei so gegeben, weil ich auch meinte, lass mich die mal anziehen. Und dann stehe ich so voll erwartungsvoll vor dem Spiegel und dann denke ich mir, das ist es nicht, ne? Das ist es einfach nicht. So gern ich es auch hätte, aber leider nicht. Ja, und was kauft man jetzt so, wenn man bis 50.000 Euro ausgeben will? Was macht Sinn jetzt aktuell? Macht es überhaupt Sinn, aktuell zu kaufen? Ja, also man muss auf jeden Fall aufpassen bei Uhren, die jetzt so wirklich im Hype sind. Wir haben so eine Gelb-Gold Daytona mit grünem Blatt zum Beispiel. Die hat, glaube ich, knapp 50.000 Euro an Wert eingeboost von Februar bis heute. Als Grundregel jede mitgeben, dass er Uhren kaufen soll, die jetzt nicht mehr gebaut werden. Jede Marke hat so sein eigenes Zuhause. Das heißt, Rolex-Stahl-Modelle, sagen wir mal, sind so zwischen, sagen wir mal, 10.000 bis 30.000 Euro irgendwo zu Hause. AP ist so um die 50.000 Euro. Und da sollte man halt versuchen, das zu kaufen. Und dann schauen. Aber man muss aufpassen. Nicht jede Uhr ist eine Wertanlage. Und die? Ist das eine Wertanlage? Also, die Uhr, das ist zum Beispiel eine Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jetzt jemand einen Schnapper machen möchte. AP Royal Oak Modell. Wenn ihr ein richtiges Schnäffchen machen wollt. Also mal eine richtig billige Uhr kaufen. Nein, weißt du warum? Und zwar, das ist jetzt eine 50s Anniversary, die 37mm. Und das krasse ist, AP ist so abgestürzt und die neuen Modelle, die wird ja nur in diesem Jahr mit diesem Rotor produziert. Und die Uhren sind absolut günstig gerade im Moment zu haben. Also bei AP kann man jetzt gut einsteigen. Die waren richtig im Hype. Und jetzt sind sie preislich runtergegangen. Also ohne APG, wenn man als Haltezeit so sagen wir mal drei bis fünf Jahre vorsieht bei einer Uhr, kann man jetzt gut kaufen. Also Leute, gibt es eine Rabattcode? Ja und dein nächstes Auto ist ein? Genau, also warum du auch hier bist. Ich wollte mir die Kompetenz einkaufen. Und zwar, wir werden jetzt den GT3 RS konfigurieren, weil ich nicht so viel Ahnung habe. Du schon. Ich hoffe erstmal, dass ich auch einen bekomme an der Stelle. Und bin stinksauer. Du hast eher wieder hinzugelagert und ich nicht. Von daher, wir wechseln würde ich sagen zu meinem Kanal rüber. Und dort werden wir den GT3 RS konfigurieren. Ich habe gar keine. Also es soll auf jeden Fall Weißfachpaket sein. Aber alles andere liegt in deiner Hand. Ja, das machen wir. Marc, vielen Dank. Schön war's. Euch einen wunderschönen guten Tag. Und äh. Hahaha. 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 Ja.